Hallo zusammen zu einem neuen SMC-Video. Wie lange, lange versprochen, endlich das zu Standard Deviations. Ich möchte euch hier eine kurze Einführung geben. Es gibt in diesem Umfeld natürlich noch extrem viele Strategien und Ideen. Das würde ich aber über Folgevideos verschieben. Wenn ihr da Interesse habt, kommentiert einfach. Standard Deviations sind mit eines der wichtigsten Konzepte laut ICT, um den Markt und das Marktgeschehen zu verstehen. Und deswegen schauen wir uns das mal an und ist auch für mich persönlich momentan eigentlich das Go-To-Mittel, um Intraday was zu machen bzw. Geld zu verdienen. Und für mich funktioniert es sehr gut, deswegen bin ich da auch ein bisschen biased. Das Ganze ist ein kleines Marketing-Spielchen von ICT, weil es eigentlich keine Standard Deviations sind. Wir haben ja Standardabweichungen, werden normalerweise mit einer Quadratwurzel gebildet von einem gewissen Wert. Ihr kennt das von Moving Averages oder wie ich hier die V-Webs drauf habe, wenn wir da Standard Deviations eingeben, kriegen wir zwei andere dazu. Meistens auf Minus 1 und Minus 2 und Plus 1 und Plus 2, aber das sind einfach Quadratwurzel und ein bisschen mathematische Formel von den jeweiligen Punktwerten, Tickwerten. Und das ist eben nicht das Gleiche, als wenn ICT von Standard Deviations spricht. Ich werde es künftig natürlich so nennen, weil ihr es überall findet, aber es ist nicht das, was ihr aus der Mathematik kennt, sondern im Prinzip ist es eine Range-Erweiterung, eine Range-Duplikation oder eine Range-Extension, was er benutzt. Und zwar mehrfach. Das heißt, er nimmt eine gewisse Dealing-Range, das ist in unserem Fall eben ein Manipulationsteil von einem Power-of-Three, also der Judas-Swing und extrapoliert dann praktisch, also nimmt die Range und baut dann, dupliziert die Range nach oben und nach unten. Wir nehmen eben die negative Duplikation mit und das ist eigentlich der ganze Trick. Jetzt geht es darum, wie benutze ich es, wie finde ich es und wie lege ich es an und das hoffe ich, dass ich euch jetzt mal beibringen kann. Bei der Charting-Software ist es eigentlich am einfachsten, wenn ihr ein FIP-Tool nehmt und dann einfach die Voreinstellung ändert und ihr braucht einfach von Minus 1 bis, sagen wir mal Minus 6, sage ich später noch was dazu, mit nur Halbschritten Minus 1,5 und Minus 2,5. Das reicht. Ich würde euch raten, das als eigenes Setup zu speichern, weil ich eben teilweise auch die normalen FIP-Retracements mit den Deviations benutze und da habt ihr es einfach Handy, könnt es farblich anpassen, etc. Gut. Ihr müsst also ein bisschen Bescheid wissen, idealerweise natürlich durch die vorigen Videos, haha, was Power of 3 ist, was ein Judas Swing ist, idealerweise noch ein bisschen, was auch Silver Bullet ist und halt die generellen Sachen für Value Gap, Order Blöcke und FIP-Retracements und Dealing Ranges und so weiter. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die werden aber wichtig, wenn wir in die höheren Timeframes gehen, so eine Stunde, vier Stunden und höher, kommt gegen Ende des Videos noch, aber für Intraday-Handel reicht eigentlich dieses Set und ich sage am Ende auch noch, oder meiner Meinung nach zumindest den Ursprung von dem Ganzen, also woher es ICT hat. Offiziell hat er das natürlich entdeckt und gefunden und entwickelt und so weiter. Ich glaube aber, dass ich in den 90-80ern, 1980ern da einen Ursprung gefunden habe, komme ich aber später dazu, hat für euer Trading jetzt keine wirkliche Bewandtnis. Okay, gehen wir mal, nehmen wir mal das heutige Beispiel als, den heutigen Tag als Beispiel. Ich zeige euch auch später noch den Trade von mir heute, um so ein bisschen nachzuweisen, dass das Ganze funktioniert hat. Wir hatten ja gestern USA größtenteils zu, also haben wir eigentlich in den US-Indizes nur ein Barcode-Trading gehabt, also wenig, wo wir uns darin orientieren könnten. Man könnte sagen, wenn man das denn wollte, okay, wir haben hier dann doch mal einen Spike nach unten, der ist natürlich dann in den USA nicht wirklich zum Erfolg geriert und wir nehmen es aber mal ganz kurz. Und zwar haben wir praktisch hier eine Akkumulationsphase, eine relativ lange, dann haben wir einen Spike runter, der doch recht viel Stop Limits hier runterreißt. Und es wird allerdings erst valide, wenn wir einen Candle Close über dem Startpunkt haben. So, das ist gestern also nicht passiert. Heute, morgen in der Asia-Session, okay, haben wir. Also ab jetzt wird praktisch diese Power of Three valide. Und dann gucken wir mal, manchmal haben wir noch einen Retest, allerdings in der Asia-Session meistens nicht. Also wäre das, wenn ihr es eventuell hättet zwingen wollen, ist aber egal, wir brauchen es nur als Ziel des Ganzen. Und funktioniert also, wir gehen hoch, wir sehen hier schon ein paar Reaktionen bei minus 1,5 und minus 2,5 und dann letztlich minus 4. Und ich versuche euch das jetzt mal ein bisschen zu erklären. Wie gesagt, wir haben also diese Range und alles, was nach ICT gemacht wird, ist jetzt einfach Range-Duplikation. In den beiden Fällen von einem Halbschritt, aber nehmen wir mal die ganzen Zahlen. Also wir haben eine Range-Duplikation, ihr könnt minus 3 noch mit reinnehmen. Kommt nicht vom Ursprung, manche machen es. Wenn ihr für euch backtestet, dass das für eure Trading- und Risikoprofile sinnvoll ist, nehmt von mir aus minus 3 noch mit rein. Gibt kein gut oder falsch, wenn es für euch passt, go for it. Und jetzt ist so die Idee des Ganzen, dass der Markt in irgendeiner Form diese Duplikation mit drin hat oder dass verschiedene Algos mit so einer Range-Duplikation funktionieren und quasi bei diesen Endpunkten des Ganzen in Kombination mit Point of Interests, ja, Profit-Targets oder Stop-Limits ausgelöst werden. So, wir sind jetzt wieder beim Allzeithoch. Das heißt, nach links schauen ist nicht. Deswegen ist sowas auch ganz gerne in Allzeithoch-Geschichte gerne als Ziel-Targets, um praktisch Profit-Targets von gerade eingegangenen Trades zu machen. Und minus 4 ist da meistens ein ganz guter Reversal-Punkt. Wer sich ein bisschen mit ICT schon beschäftigt hat, ein Market-Maker-Sell- oder Buy-Modell ist meistens bei minus 4 beendet. Das heißt, wir haben eine vierfache Multiplikation der Range von einem Power of 3 und das ist meistens das Ende in der jeweiligen Time-Frame natürlich eines Market-Maker-Models. Kennt ihr noch nicht, wenn ihr nur meinen Channel schaut, kommt auch noch. Ist für euch aber jetzt erstmal unwichtig. Ihr sollt nämlich bitte nicht minus 4 als Profittarget nehmen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt manche, die das propagieren. Die sagen auch, hey, minus 6, Vollport rein und wenn es klappt, dann bist du reich. Ich würde bitte davon abraten, ich würde auch fürs Erste davon abraten, dass ihr Runner bis zu minus 4 laufen lasst. Ich persönlich würde euch empfehlen, nehmt einen Großteil des Trades bei minus 1 raus und dann bei minus 2, minus 2, 5 den Rest, wenn überhaupt. Es würde auch völlig reichen, wenn ihr bei minus 1 das Ganze beendet. Ihr werdet, wenn ihr die Standard Deviations tradet, immer euch ärgern, weil ihr nie den kompletten Move mitgenommen habt. Das müsst ihr ablegen, gerade bei den Standard Deviations. Es gibt ein paar Regeln, an die wir uns halten können, die ich euch jetzt gleich erkläre, aber es ist nie was perfekt und es heißt auch, wir müssen nicht immer auf den minus 4 kommen und dann hängt es auch davon ab, in welcher Timeframe ihr überhaupt euch befindet. Nehmt bitte euch das zum Herzen, geht bei minus 1 und maximal bei minus 2, 5 mit dem größten Teil raus. Wenn ihr das jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate erfolgreich tradet, dann kann man mal einen Runner bis minus 4 lassen, aber dann auch nicht böse sein, wenn es halt nicht klappt. Ja, low hanging fruits, meine Damen und Herren. Schön, Profit mitnehmen und nicht ärgern. Chart zu und gut ist. Ja, nachdem ich das jetzt fünfmal gesagt habe, können wir weiter ins Eingemachte. Also, wenn wir das als kleine Dutaswing-Manipulation nehmen, haben wir jetzt eine Distribution, die sich jetzt halt im heutigen Morgen extrem lang zieht, aber wir haben hier auch nicht wirklich irgendwas, was sich jetzt super dafür eignet. Und dann kommen wir mal ganz kurz zu den Regeln. Eine Power of Three mit Standard Deviation ist gültig, wenn wir einen Impuls-Move über der minus 1 haben. Haben wir. Wunderbar. Ja, 6 Uhr, kurz vor Midnight Open, haben wir den Push zu minus 1,5. Wenn wir jetzt hier rummeandern würden und dann wieder reversen würden, ist diese Power of Three nicht aktiv. Das heißt, alles, was hier oben praktisch steht an Range Extensions, könnt ihr vergessen. Wenn wir minus 1 nicht durchbrechen, ist das Ganze ungültig. Trade vorbei, geht am besten raus tatsächlich aus dem Trade, ist nicht. Ja, das ist mal so Regel 1. Regel 0,5, was ihr aber eigentlich wissen müsstet, da wir ja Power of Three schon besprochen haben, eine Power of Three ist erst gültig, wenn wir mit einem Body Close über dem High sind, in diesem Fall. Wir sind Bullischen Power of Three. Das heißt, erst heute Morgen zwischen Asia Session wäre das Ganze überhaupt erst aktiv. Wenn wir das auch nicht sehen oder wenn wir hier mit Wix rumspielen und dann wieder reversen, ist die ganze Power of Three auch nicht aktiv. Ja, das sind so die zwei Dinge, also okay, vergiss es. Ja, dann ist so das Nächste, dass wir zwischen minus 1 und minus 1,5 eigentlich so eine Silver Bullet Zone haben, hätten wir jetzt tatsächlich auch. Aber ich habe ja in meinem Silver Bullet Beispiel auch gesagt, konzentriert euch lieber auf die zweite Silver Bullet am Tag oder auf die dritte, wenn man London dazu zählt, in der New York Session. Es gibt auch unter Umständen welche in der Asia und in der London. Da sagt aber ICT selbst, naja, wir sind jetzt nicht so aussagekräftig, weil da einfach sackwenig Volumen vorhanden ist. Also das immer so ein bisschen beobachten. Jetzt am heutigen Beispiel hat super funktioniert, aber ich würde, wenn ihr New York tradet, eher darauf schauen. Okay, gut. Dann ist der nächste Infliction Point der Bereich zwischen minus 2,5 und minus 2. Wenn wir den signifikant mit dem Impuls durchstoßen, dann ist das erstmal ein schönes Zeichen, dass wir eventuell eine Extension zum minus 4 mindestens haben. Alles darüber ist Sahnehäubchen. Konzentriert euch nur auf minus 4. Aber wir haben auch bei minus 2,5 meistens oder in dem Bereich, sagen wir es mal so, meistens ein Retracement zu erwarten. Mindestens ein Retracement. Seht ihr auch hier. Das war praktisch pre-London Open Retracement. Ich würde fast vermuten, auf den 5 Minuten, wir können ja gerade mal kurz draufspringen, dürfte da wahrscheinlich eine Fair Value Gap hocken. Das alles, also praktisch alle bisherigen Sachen verlieren nicht ihre Wirkung. Ihr müsst es kombinieren. Hier hätten wir ein Fair Value Gap Retracement und weiter hoch. Und dann hätten wir den zweiten Retristributions-Move exklusiv hoch auf die minus 4. Das ist also der Bereich, wo ihr als zweites aufpassen müsst. Es kann aber auch gut sein, dass wir hier ein komplettes Retracement bis auf minus 1 oder komplette Negierung des ganzen Moves haben. Das ist hier die entscheidende Phase. Minus 2, minus 2,5 haben wir entweder ein Retracement Re-Expansion oder komplette Rejection des Ganzen runter, mindestens auf minus 1, vielleicht auch komplett runter. Und das war es. Also ein Trend-Reversal. Hier aufpassen. Ich mache die nicht farblich. Ihr könnt natürlich die Zwischenräume hier farblich machen, aber dann habe ich zu viel auf dem Schirm. Wenn ihr das irgendwie rot, pink oder wie auch immer haben müsst, um darauf zu achten, könnt ihr das gerne machen. Aber einfach hier in dem Bereich aufpassen und hier unten drunter aufpassen. Das sind so die zwei Goldregeln, die man so ein bisschen beachten muss. Und wir haben auch bei diesen Retracement-Geschichten immer eine Re-Entry-Möglichkeit. Also wenn ihr praktisch den Tag, wenn ihr überhaupt nicht tradet so morgens, sondern, ah Mist, habe ich jetzt den kompletten Move verpasst, aber jetzt irgendwie vor der Arbeit noch mal kurz was versuchen wollt, im Demo zum Beispiel. Ah, cool. Hier haben wir ein Retracement. Hier ist eine Fair Value Gap. Wenn die hält, dann wäre das mein Re-Entry. Und dann wäre es ein schöner Move gewesen mit schönem Kapital. Ja, gut. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Eine Power-of-3-Extension ist der Start einer neuen Power-of-3 mit Standard-Deviations. Wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, haben wir hier abermals einen Dueler-Swing, der jetzt einen Trend-Reversal anzeigt. Ich habe ja gesagt, konzentriert sich auf Minus 4. Ihr werdet durch eure Backtests feststellen, dass das sehr oft der Fall ist, dass wir hier einfach umdrehen. Kann passieren, hofft nicht drauf. Minus 4 sollte euer maximales Profit-Target sein. Wenn ihr super viel Geld habt, könnt ihr von mir aus einen Runner laufen lassen, aber geht davon aus, dass der meistens ins Leere läuft. Also wenn wir das jetzt umdrehen, wir haben hier ein stark abfallend Prä-London. Dann haben wir eine Manipulation. Tada, wir haben wieder unsere neue Geschichte. Also machen wir das gleiche Spielchen. Manipulations-Pivot. Jetzt suchen wir uns hier links, 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 den nächsten Pivot. Wir sind auf 5 Minuten. Dann wäre es das hier. Das wäre also London Start gleichzeitig. Wenn ihr auf 15 Minuten werdet, das habe ich heute Morgen genommen, werdet ihr praktisch hier unten drunter. Also es gibt sich nicht viel. Okay. So, gültig, wenn, Candle Close und so weiter. Da wären wir also jetzt hier meandern und hier hätten wir den Down Move. Und Überraschung, hier bin ich heute Mittag dann rausgegangen. Es geht bis 1,5. Ich habe ja gesagt, zwischen minus 1 und minus 1,5 haben wir eventuell ein Retracement. Silver Bullet haben wir into New York open. Da ist auch meistens dann ein Risiko rausnehmen. Also die Leute, die hier Short waren, haben ja eigentlich schon ganz gut verdient. Das heißt, okay, jetzt nehmen wir mal Profit. Also das ist hier eigentlich nur eine Profitnahme der Shorts. Und eventuell könnten wir hier wieder rein. Pro Tipp. Das mache ich jetzt nicht. Aber das müsst ihr durch Backtesting rausfinden. Das wäre jetzt unter Umständen wieder eine Power 3, die das Ganze unten extendet. Also das sind einfach so die Spielchen, die man machen kann. Aber final, gleiches Spiel wie oben. Wir sind jetzt aktuell minus 2, minus 2,5 und sind jetzt sehr wahrscheinlich im Retracement des Ganzen. Wenn ihr eure weiterhin eine bärische Bias habt, würden wir jetzt hier oben gucken. Hier haben wir eine offene Fair Value Gap mit einem Order Block. Das heißt, ihr könnt argumentieren, vielleicht ein Real Trading Hours Viva Pre-Test. Dann wären wir hier im Order Block. Das sind so Sachen, die man dann eventuell als Re-Entry nutzen könnte. So, jetzt kann man argumentieren, ja, aber hör mal, hey, wir sind ja ewig weit von der minus 2,5 weg. Da hätte ich mir ja gleich die minus 3 dazu machen können. Das wäre vielleicht, hätte wahrscheinlich sehr gut gepasst. Stimmt, aber ich habe ja immer gesagt, das steht nicht im luftleeren Raum. Ihr braucht die anderen Konzepte immer noch. Das heißt, was bewirkt jetzt dieses Rehearsal? Das ist einerseits der Wochen-Revap. Den habe ich persönlich drauf, weil er für mich sehr wichtig ist. Aber wenn ihr sagt, ich will jetzt aber nur reines Preis-Action traden, look to left. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Hier haben wir eine Fair Value Gap. Da könnte man argumentieren, wurde nochmal retestet. Hier hätten wir eine offene von dem, was ist das, vom Dienstag. Die wurde reingetestet und hat rejected. Die große ist hier noch relativ viel offen. Das heißt, hier hätten wir auch einen erneuten Test rejected. Das sind so Sachen, ihr müsst einfach nach links schauen und gucken, was passiert. Ja, wo sind eventuell PD-Arrays, die noch nicht retestet wurden, wo noch Preis-Ide-Effizienten vorhanden sind und dann das mit euren Standard-Aviations in Einklang bringen. Nicht blind auf nur minus 1, wenn der Preis dann drüber hinaus schießt. Ja, was soll das? Das erzählt er mir hier für ein Blödsinn. Das passt ja gar nicht. Ihr müsst gucken, haben wir überhaupt PD-Arrays linker Hand, die in irgendeiner Form retestet werden? Gibt es da irgendwas? Haben wir irgendwo, wo wir Stop-Limits haben, die bereißen können, wo wir dann eventuell diesen Retracement-Move reinkommen und dann wieder in höheren Zeitebenen. Wir sind jetzt auf der 5 Minuten. Ich würde euch nicht raten, wenn ihr in keinem Trade von da oben drin seid, auf 5 Minuten diese Sache zu identifizieren. Geht mal auf 30, geht mal auf eine Stunde. Gucken wir mal. Hi, hi. Hi, hallo. Hi, hallo. Hi, hallo. Auch wenn wir hier die ganze Zeit schön bärisch waren, wäre das jetzt einfach eine Trend-Kontinuation im Bullischen, wir suchen uns neue Allzeithochs. Eine weitere Erklärung. Und dann, das dürft ihr bitte nicht vergessen, ich habe ja gesagt, man darf oder speichert euch Standard-Deviation als Preset ab. Es lohnt, wenn ihr mal praktisch die normalen FIP-Extensions mit benutzt. Also wir haben jetzt hier ja seit Montag, seit Wochenanfang eine super Range. Was haben wir gelernt? Vom Premium zum Discount, von externer Liquidität, die wir hier überall rausgenommen haben, zu interner Liquidität, Low, Vervalue Gap, eventuell auch Former Day Low und so weiter. Aber wir können auch einfach mal die Range uns anschauen. Gibt es da vielleicht was Interessantes? Ach, naja, das ist bestimmt nur Zufall. Also, auch wenn ich persönlich den ganzen Tag bärisch war, würde ich jetzt eventuell meine bärischness vielleicht kurzzeitig mal aufgeben, weil Wochenvivap hält, 0,5 der Range hält, also Equilibrium hält und wir sind bereits in der Extension minus 2, minus 2,5. Wir haben nicht das vorherige Higher Low rausgenommen. Also, wenn wir da nicht durchbrechen, wäre das mal mindestens Aufgeben des bärischen Verhaltens, eventuell auch bullisches Umswitchen. Aber das immer als Beispiel, vergesst das nicht. Das ist sehr wichtig. Und ich habe zum Beispiel heute Morgen das auf kleinere Ebene gespielt. Natürlich ist das das große Lack auf einer Stunde. Ich bewege mich auf der Intraday ganz gerne auf 5. Ich lösche mal kurz diese Geschichte, damit sie euch nicht verwirrt. Ich habe das hier als Anfangs-Move genommen, weil gestern war einfach nichts bei den Amis. Und das habe ich heute Morgen gespielt oder heute Mittag. Hier hat nämlich die minus 2,5 wunderbar mit dem 0,786 übereingestimmt, der aktuellen Dealing Range. Zack, wunderbar. Hat gepasst. Also, das einfach ein bisschen. Kurze Info, ich bin einfach viel früher bei minus 1 raus, aus Gründen, die ich vorhin gesagt habe, weil ich aber auch mit dem Trade von hier oben meine Challenge geschafft habe im größeren ACG-Account. und genau, deswegen bin ich da raus, weil warum soll ich noch mehr riskieren, wenn ich das erforderliche Tage erreicht habe. Aber es hätte sich trotzdem wunderbar ausgespielt. So, und jetzt muss man gucken, was hier passiert. 15 Minuten dauert es noch eine Weile. Der nächste wäre halt erst wieder ab hier oben aktiv. Wir könnten jetzt argumentieren, okay, das ist das neue Low des Tages, aber damit daraus ein valider Judas Swing wird, zumindest auf 15 Minuten, müssten wir jetzt praktisch hier über dem High der New York Range sein, um daraus eventuell wieder zu expandieren. Und dann bräuchten wir auch wieder ein Body Close. Das sind so meine Entry-Gedanken, weil das mich jetzt auch viele vor allem im Discord gefragt haben, wie ich an die Sache rangehe. Ich momentan tatsächlich, weil es super gut für mich funktioniert. Ich schaue, dass ich Power of Three im europäischen Markt identifiziere und dann lasse ich laufen. Ich bin hier, ich bin bei London rein, ich habe den kurz vor, wann ist er denn? Minus eins hier rum. Also ich habe den sechs Stunden laufen lassen. Und das finde ich gerade sehr angenehm. Ich spiele auch oftmals diesen hier. Also wenn ich jetzt nicht gerade ins Profittarget gelaufen bin, hätte ich wahrscheinlich das hier auch in irgendeiner Form gespielt. Aber das sind einfach so die Spielarten, die möglich sind. Es gibt noch extrem viel, was man zu den Standard Deviations sagen kann. Ich folge ja Dexter sehr gerne, weil er dieses Thema wirklich durchstiegen hat und auch neue Ansätze gebracht hat. Und glaube ich, von den SMC-Leuten das wahrscheinlich sogar besser, also rüberbringen tut das eh besser als ICT, aber ich glaube auch besser verstanden als ICT. Und was er eben ganz stark macht, aber dazu fehlen euch die Informationen, aber vielleicht als kleiner Schmankerl, Hungermachener, wenn ihr da mehr Infos holt, sagt Bescheid. Er benutzt eben die IPTA-Ranges von den letzten Wochen beziehungsweise Tagen und zwar auf der Vier-Stunden-Ebene. Und er sagt eben, ganz entscheidend sind diese drei, also unsere Zeit, Sieben Uhr, Vier-Stunden-Kerze, Elf Uhr, Vier-Stunden-Kerze und Fünfzehn Uhr, Vier-Stunden-Kerze, weil hier oftmals die Pivots von den Power-3 entstehen und dann kann man die Range abbilden. Was jetzt hier, weil wir einfach immer von Allzeit hoch zu Allzeit hoch hopsen, nicht relevant ist, sind die IPTA-Ranges nach oben, weil wir haben keine. Nach unten ist dann auf der Ebene nur ein Drei-Tages-Rückblick notwendig, eins, zwei, drei Hopsel und da hätten wir hier ein Low und hier ein Low. Das führt jetzt zu weit, aber es geht einfach auch auf höherer Zeitebene und ja, das wäre das. Bevor ich jetzt eventuell meiner Meinung nach zu den Ursprüngen von der ganzen Geschichte komme, möchte ich euch noch eventuell ein bisschen Angst machen, keine Ahnung. Also wir springen ja momentan von Allzeit hoch zu Allzeit hoch und da lässt sich als Bär schwer was argumentieren. Das kommt weg, das kommt gleich und ich lösche auch mal ganz kurz diese Sachen, damit ihr da nicht verwirrt werdet. Ich mache meine Charting-Sachen eh morgen früh für den Discord, von daher brauche ich das jetzt gerade nicht. Alles bei ICT ist fraktal, das bedeutet, auch wenn ich da auf fünf Minuten rund umhandle, das Ganze gibt es natürlich auch auf der höheren Zeitebene, wie zum Beispiel den Weeklys und wir können das jetzt im Kleinkind bauen, aber das ist eigentlich oder wir können das auf, nee, wir bauen es mal auf den Weeklys. Das heißt, der letzte, das letzte Higher Low ist hier und wenn wir daraus ein kleines Ding bauen und zwar jetzt eben nicht das, sondern das, aber ich habe es sogar noch groß. Ha, das hättet ihr mir auch sagen können. Gut, das ist existant. Wir sind jetzt gerade schön durch die Minus 1 Standard Deviations auf dem Weekly gelaufen, des aktuellen Impuls-Lags. Wir hatten jetzt ja schon einen recht guten Run, da wird glaube ich keiner widersprechen und jetzt machen wir doch einfach mal das Spielchen, was ich immer spiele. Wir können hier noch 5000 Allzeithochs bauen, aber so langsam glaube ich einfach nicht mehr dran. Jetzt nehmen wir uns doch mal die aktuelle Range mit dem heutigen Allzeithoch, dann ist mal gelb und wir hätten so schlanke 400 Punkte zumindest im CFD zu verlieren und dann wären wir im Äquilibrium. Das passt und dann wären wir immer noch absolut todesbullish. Wir haben higher high, higher low, eventuell higher high und selbst wenn wir das nur antesten, wie ihr heute zum Beispiel gesehen habt, hätten wir auch wieder ein higher low und alles wäre gut. Einfach so als Idee, das Ganze gibt es wirklich auf großer Spielebene und ich nehme jetzt das aktuelle Impuls-Lag, da kann man eventuell auch mal tiefere nehmen. Macht es ruhig mal als Backtesting in euren Instrumenten, da lassen sich ein paar interessante Erkenntnisse gewinnen. So, jetzt zur großen Auflösung. Woher hat er eventuell, ich weiß es ja nicht, er hat alles erfunden, ist ja schon gut. Ich glaube, dass ICT das aus den 1980ern hat und zwar von Peter Steidlmeier. Steidlmeier ist eigentlich der Begründer, mit einer der Begründer oder der Begründer das Market Profile, was ihr vielleicht von anderen Tradern kennt oder schon mal gehört habt, das sind diese komischen Buchstaben und das hat er in den 80er Jahren vorgestellt und zwar auch dem CBOE und ist eigentlich einer der Begründer des Ganzen und hat auch ganz viele der heutigen gültigen Theorien zum Market Profile geschrieben, aber was er eben auch in dieser Zeit entwickelt hat, ist die Initial Balance. Das wird heute von recht vielen Tradern benutzt, V-Web-Trader ist auch einer oder Deja Brew, auch Farm D spielt damit, die nehmen das praktisch nur von der New York Session, aber nach Steidlmeier sind es eigentlich die ersten zwei Kerzen einer Session und ganz viele heutzutage machen daraus die erste Stunde einer Session und wenn es dann Breakout nach oben oder nach unten gibt, ist das eben ihre Trade-Idee. Wenn wir auf die Ursprünge zurückgehen und auf die Regeln, die Steidlmeier eingestellt hat, ich habe sie euch mal hier reinkopiert und hoffe, ihr könnt es lesen, dann baut ihr nämlich aufgrund dieser Initial Balance Range-Duplikation und das klingt für mich, wenn ihr da tiefer reingeht, extremst nach den Standard Deviations und er hat dann auch praktisch verschiedene Kategorien. Wenn es kein Trend Day ist, dann haben wir eine sehr kleine Range, wenn wir einen normalen Tag haben, dann haben wir 50% Erhöhung der Range, das wären eben die 0,5er-Schritte, wenn wir einen kompletten Trade, haben wir mehr, dann mehr eine dreifache Erweiterung, mindestens der Range und mit noch ein paar Sonderregeln und hier hat er einfach eine Normalverteilung wie oft solche Tage vorkommen. Das ist jetzt alles Geschichte. Ich glaube, ich lese da jetzt schon seit ein paar Monaten rein, dass ICT zumindest ganz gute Anleihen daran gefunden hat. Sein großes Glück ist, dass es über Steidlmaier digital recht wenig gibt. Es gibt ein paar Bücher, aber der Standard-ICT-Nutzer würde ich jetzt einfach mal argumentieren, macht sich da nicht die Mühe, in alten Schinken durchzublättern und es gibt einfach über Steidlmaier recht wenig. Es gibt ein paar sehr tolle Vorträge von Ihnen, die ich euch wirklich ans Herz legen würde, wenn ihr euch da so ein bisschen mit Hintergrund beschäftigen wollt, aber das jetzt einfach so als kleine Idee, die ich zumindest habe und es lohnt dann zum Beispiel, wenn ihr das Ganze tiefer verfolgen wollt, durchaus in diese Verteilungsdinger und Kategorisierungen reinzulesen und euch da vielleicht Gedanken zu machen. Das war es eigentlich schon wieder viel zu lang. Ich hoffe, es ist dennoch verständlich gewesen. Ich trade wirklich ultra gerne einfach PO3 mit den Standard-Aviations, die keine Standard-Aviations sind. Es funktioniert für mich, ich kann es mir erklären. Es ist wichtig, dass ihr euch die übrigen Sachen immer im Blick behaltet. Sucht nach offenen Fair Value Gaps, sucht nach Order Blöcken, sucht nach High Lows, die noch nicht getestet wurden und baut euch da eure Trading-Idee zusammen. Ihr habt mit den Standard-Aviations relativ harte Regeln, wann ein Trade nicht mehr funktioniert, wo ihr auch eventuell einfach gnadenlos rausgeht einfach, auch wenn eure Stop Limits noch nicht erreicht sind. Backtestet das Ganze, probiert es aus, fragt mich gerne und wenn ihr noch weitere Informationen, vielleicht auch die Strategien dazu wollt, es gibt ein paar, ja, meldet euch und dann bin ich gerne bereit, das zu teilen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat, gerne auch Ideen für künftige SMC-Videos und ansonsten schauen wir mal, wie wir so noch weiter Geld machen. Ach, sorry, als letztes tatsächlich, ich habe ja euch versprochen, den Trade zu zeigen. So, genau. Ich bin hier oben rein, bin dann hier bei Minus 1 raus und ja, ich habe diesen ganzen Move nicht mitgemacht, brauchte ich nicht, weil ich meine Profittage erreicht habe. So what? Das Ding ist fertig, deswegen ist es auch egal, dass ich euch hier oben meine Kontonummer zeige, weil ich jetzt gerade eben die Mail für die neue bekommen habe und funktioniert. Ich habe, wie ihr hoffentlich hier vielleicht seht, in der Vergangenheit auch die letzten Tage nur so getradet. Wenn ich auf ein höheres gehe, seht ihr es vielleicht besser. Also ich mache das jetzt schon eine Weile und habe diesen Account eigentlich, würde ich fast sagen, fast nur mit Standard Deviations hochgetradet und es macht Sinn für mich, ich kann es mir erklären, es passt für mich. Ich hoffe, für euch passt es auch oder es war zumindest interessant. Bis bald, macht es gut und bei Fragen einfach melden. Ciao, ciao.